Ein kurzes Thema... Ich würde noch alles in der Schaffung zeigen. Das war ein ganz kurzes Thema. Ja, es geht vor allen Dingen bei dem Grundeinkommen nicht nur um die Leute, die auf dieser Seite der Plakate stehen, sondern auch um Sie, die dort schwang stehen und in der Friedrichstadt belast. Das Grundeinkommen betrifft alle, alle Menschen. Was würden Sie tun, frage ich jetzt nicht mal die Leute, oder fragen Sie mich selber, die dort in der Reihe warten. Was würden Sie arbeiten, wenn Sie nicht für Geld arbeiten müssten? Wenn Ihr Grundeinkommen gesichert wäre? Was könnte man alles für tolle Projekte machen in diesem Land, in dieser Stadt, wo auch immer sie herkommen? Ja, und das muss ein Projekt für die Welt werden. Teilen. Es geht um Teilen dessen, was da ist. Und nicht, dass einige wenige sich das nehmen, das meiste nehmen und filmen, für die anderen nur der Rest übrig bleibt. Das ist ein weltweites Problem. Und hier fängt es an, das zu ändern. Heute. jetzt geht es langsam shee Tellen. Es geht um dem Spielhaus. Das wird alle Kinder zu teilen. Und dann wird alle Kinder zu stellen. Daher werden mit der Story. Ja, man muss genau das End associat? Es geht um quasi diese Delle. Entschlвидetzer. Du kannst wirklich.